So... Slug... Äh... Psychisch Splicer Forschungsbonus Erhöhter Schaden Plus Dann... Gut so mein Junge! Es lohnt sich für dich die Kamera einzusetzen Weil du so erfährst wie ein Splicer-Tick Film jetzt einen von diesen Riesenaffen Und du wirst sehen Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel Wegräumen Erforsche Brute Splicer Ja... Die Kamera... Die kennen wir Aus ähnlicher Form noch aus Talens Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt Desto mehr nutzt er sich ab Man muss variieren damit es nicht langweilig wird Man muss variieren damit es nicht langweilig wird Und dann... Sie soll es erforschen Gut... So... So... Die Dose ist nur... So ein bisschen angeguckt Oh... So... So... Äh... Hallo? Dankeschön. Schon habe ich übrigens auch wieder ganz, ganz viele Nüsstings hier. War das eben gerade so eine Little Big Sister? Geil! Geil! So. Das war jetzt echt interessant. Dass die Big Sister auch draußen einfach mal so rumschwimmen. Warte mal eben, das Allheilmittel, das füllt beides auf. Das ist nämlich schön. So. So. Ach, das ist gleich hier. Sehr gut. Da ist es! Dann wollen wir mal. Schlafende Engel leuchtend. Was hast du verdient? Lass ihn erlösen, die dreckige Hundesohn! Nee. Neee. Siehst du das nicht für euch, nein? Und einiges Lachen. Von mir? Ich bin doch nicht für euch, nein. Du hast alles geschmeckt, aber du hast mich schon mal drin. Da springt man alle runter. Haha. So. Schönes ist immer das... ...dass das hier so kurz dauert. Ich fahre... Okay. So, dann müssen wir sie jetzt wieder... ...ins Bettchen bringen. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warte. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Grace hier ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Danke. Eine Big Sister ist hinter mir her. Oh, oh. Das ist nicht gut. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an. Filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Aber bitte, bitte nicht jetzt. Was ist das? Hör! 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 Ich muss dich losziehen, oder was? Fuck! Oh, scheiße, 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 scheiße! Scheiße! Big problem! Nein! Das war's! Du bist gestorben! Du wirst in einem Feature Chamber wiederbelebt! Verdammt! Ah! Wir sind doch nicht fertig! Die Big Sister ist noch unterwegs. Das Lötendorf, das... Scheiße, kleinste... Also... Das haben sie echt interessant gemacht. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus, und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden. Einen Grund, neuen Atem zu schaffen. Auf sohle hin! Mhm! Da ist das kein Spiel! Die Gas". Rundf! Einer! remal! Rundf! Wunderbar! Wunderbar! Tja! Der Hände! Der Hände! Das war echt heavy. Das war echt heavy. Also man sieht wie viel es da ist. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Tja, ich mach mich an diesen Ways ran. Vielleicht ist kein Mensch. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart gegen Jesus stehen lässt oder wegen Körn des Lachens zu verwandeln. So. Auf jeden Fall kaufe ich jetzt erstmal das hier voll. Und das kaufe ich auch voll. Und wenn du genommen könntest du auch gleichzeitig Ich muss ja nochmal neu, frisch auffallen. Geld genug habe ich ja noch. Ui. Ui. Jojojojo Es wird nütlich saurer du null Nummer Du 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 So Da haben wir es auf jeden Fall Sinclair Deluxe Autsch Nuchter Mist Davonlaufen wenns brenzlig wird Ich kratzt dir die Eier Du kratzt mir was? Die Eier? Schmutzig Richtig schön schmutzig Naja Es gibt keinen kommen Zuerst nur es gibt Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg der dir den Weg blockiert Ja Ja So Also Gracie war in der obersten Etage Geh rauf und überrede sie dass sie dir den Hauptschlüssel gibt Überreden Apropos wo ich Ja ich hab jetzt beide Littestes Also darüber brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen Ich guck auch nochmal hier nach Was es hier so gibt Was ist ein Skandal? Alles ist ein Skandal! Alles ist ein Skandal! Schade So So Mit Lichters Das ist immer nice Der Kinderräuber ist im Hotel Brüder und Schwestern Er will mich holen damit er an Eleanor herankommt Blech Daddies kennen keine Schuld Blech Daddies fühlen keinen Schmerz Aber wir sind die Familie Und wir können ihn lehren Schmerz zu empfinden Hä? Egal So So Einmal Hacken Bitte Wie So So Ich Sie Sie Ich Sie